Mein Name ist Mika Seeger. Welche Position spielst du? Ich spiele 8er. Und was waren deine bisherigen Vereine? Eskiger Felden, VfL Herrenberg, VfL Stuttgart und es ist Stuttgarter Kickers. Und was sind deine persönlichen Ziele und deine Ziele mit der Mannschaft für diese Saison? Meine persönlichen Ziele sind mich auch individuell weiterzuentwickeln, immer Gas zu geben. Mit der Mannschaft sind unsere Ziele den bestmöglichen Platz, also Meister zu werden und aufzusteigen. Und dann noch eine Abschlussfrage, welches Team willst du am liebsten bei FIFA? Ja, jetzt PSG.